Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit WarTales. Willkommen. Guck mal, da sind direkt drei Linien. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das wäre immer nur eine. So, wartet mal. Also. Die hier patrouillieren sind keine netten Leute. Wir gehen jetzt zurück zur Taverne. Leihen uns neuen Gefährten an, so wie ich gesagt habe, das zu tun. Dann machen wir die Quest. Dann machen wir die Questen. Und dann haben wir gewonnen. Welt erobert. Aber jetzt müssen wir erstmal den App zurückbringen, den Lappen. Das ist aber kein Speinwell. So. War das aufregend. Es kam mir vor, als führte ich eine Armee an. Bitte nehmt diese Belohnung und meinen Segen. Ihr habt beides verdient. Wunderschön. Guck mal, jetzt haben wir schon 25. Das Schicksal von Artis. Und ich dachte, wir sind in Eduran. Und ich habe geschrieben, auf nach Eduran. Bei einer Folge, das muss ich unbeändern. Quen, wie euch zu unterstützen, gesandt zu bekommen, war genau das Wunder, das diese Abtei brauchte. Ich werde Fürst Vanal, äh, äh, Annalus, Vanalis, sofort von eurer kostbaren Hilfe berichten. Okay. So, jetzt gehen wir raus. Ich komme nachher wieder. Jetzt müssen wir erstmal, ähm, jetzt müssen wir erstmal uns einen neuen Gefährten holen. Ähm, Gasthaus zur Flugschar. So, wir haben hier Pfot, Pott, ist ja egal, wie er heißt. Äh, das ist ein Krieger. Infanterist, Beschützer, Berserker, Pekingier, Infanterist, Zertrümmerer. Also, einen Krieger haben wir noch nicht. Ja, anscheinend ist ein Infanterist ein Infanterist. Nee, Beschützer, Berserker und Zertrümmerer. Aber einen Krieger, einen Krieger haben wir noch nicht. Schlitzen, kritischer Treffer, bewirkt Blutung. Oh, das können wir tatsächlich gebrauchen. Okay, warte mal. Äh, Sofik. Ähm. Wo steht denn eigentlich denn ihre Rüstungsgattung? Sperrkämpfer. Pekingier. Aber Schwerkämpfer haben wir ja schon. Ich wollte mir jetzt schon mal gucken. Paar Nerds. Rohling, haben wir schon. Nee, wir haben Zertrümmern. Rohling haben wir nicht. Der Rohling macht's. Rohling-Sachen. Okay, pass auf. Dann wird jetzt der, ähm, der Krieger wird jetzt unser Gelehrter. Aber sonst haben wir keinen hier, ne? Ja, aber der Krieger passt ja nicht ganz gut. Machen wir. Poth. Rekrutieren. Sehr gut. Hallo, Poth. Willkommen in der Armee. Du bist jetzt... Warte, wir gucken mal kurz. Äh, Avardui haben wir. Das ist unser Pferd. Tut mir leid. Dann haben wir, äh, Sascha Glasauge. Und das passt. Das geht nicht. Das hat geschrieben... Rangöf. Das passt doch auch. Du bist jetzt... Rang... ...Göf. So, Rangöf. Äh, Barserker, Scharfrichter oder Schildwache? Alle Kämpfenden verbindelten erhalten Reposte. Oh, das klingt doch geil. Der nächste Angriff, wenn diese Einheit von dem... ...der nicht Kämpfenden Gegner angegriffen wird, ...paspariert... ...wird sie mit einem Gegenangriff. ...wird bei der Bewegung der Einheit abgebrochen. Scharfrichter. Fügt allen Einheiten im Zielbereich von 5 Schaden zu. Greift pro Einheit Zielbereich einmal an. Das klingt nach einem ultimativen Killer. Und das hier... Gut, das kennen wir, glaube ich. Erhält Wut. Schaden des nächsten Angriffs um 50% erhöht. Lieber was... Weil wir wissen, diese zwei Dinger greifen wir fast nie an. Und das ist alle Einheiten im Zielbereich. Das ist nicht so gut. Das ist tatsächlich gar nicht... Ich nimm mal Reposte, okay? Weil das könnte tatsächlich ziemlich reinhauen. Verfassung plus 6, Stärke minus 1. Reposte klingt wirklich gut. Was Neues. Jedes Mal, wenn die Einheit kämpft, erhält ihr einen Punkt. Jedes Mal, wenn die Einheit... ...ein Angriff mehrere Gegner trifft, erhält ihr eins. Die Einheit hält ablenken. Ne, wir machen mal... ...das hier, das gibt drei Punkte. So. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Oh, sehr gut. Guck mal, und schon sieht er aus, wie... ...als wenn da irgendwas ausrichten könnte. Und wir haben sogar noch einen Faltion. Äh, er kann die nicht tragen. Er kann nur Äxten... Achso, wir wollten jetzt mal nach Äxten gucken, ne? Das war doch jetzt unser Plan. Warte mal, wir müssen erst mal verkaufen. Das war die Eisenglühsame plus 8. Aufspießen. Äh, das ist... ...die ist sogar schlechter. Okay. So, dann müssen wir jetzt mal gerade zum Schmied. Oh, Schmied. Verkaufen das Ganze. Äh, warte mal, fall ich auch nicht. Wollte mal gucken. Ne, das können wir auch wegtun. So. Mann, wir sind aber immer noch ziemlich überladen. Ring des Läuters. Willenskraft plus 1. Und da müssen wir doch wegen den Rattenhirn mal irgendjemanden fragen. Ja, was ist das, Meister? Oh Gott! Bogen der Legion. Kapazität Feuerbefehl. Warte mal, was ist das denn jetzt? Bogen der Legion. Äh, Pansen. Du wirst aus deinen Gefilden des jämmerlichen, normalen Bogenschützen-Daseins erlöst. Äh, bösartiger Schuss. Äh, Feuerbefehl. Aber Feuerbefehl visiert einen bestimmten Bereich an. Führt einen Gelegenheitsangriff auf den ersten Gegner aus. Der, der im Bereich betritt... Ah, ne. Ist gar nicht so geil. Ach, der kommt auch weg. So. Da so viel Holz. So, jetzt brauchen wir noch irgendwas zum Schmieden. Ähm. Extra Hammerbahn. Nicht müssen wir lernen. Oh, wir haben ja vier Dinger im Compendium. So, machen wir. Also entweder Eisenachst oder Eisen... Ne, Streitachst ist zweihändig. Eisenachst. Und hier haben wir einen Langbogen. Das wär's auch mal. Komm, wir lernen jetzt die Eisenachst. Äh, den Langbogen. Und das ist eine leichte Rüstung. Das ist eine mittlere Rüstung. Eisenplattenroteller. Ich meine, das könnten wir auch mal. Er hält ablenken. Ich muss die Musik wieder lauter machen. Ähm. Öl der Blutung. Feuer, faste Salbe. Verdorben, Essenz. Diese klebrige Rüstung ist jetzt so wichtig. In den Brandstand zu bauen. Alchemist ja Öle. Eure Gefährten sind jetzt vernünftiger und rotieren ihr Essen. Truppenbonus. Der Trupp nimmt täglich ein weniger Nahrung zu sich. Aber einen? Das ist ja Banane. Der Trupp prallt Musik über den Gegner. Truppenbonus. Nach dem Kampf erhalten er Einfluss um 5 erhöht. Okay. So. Dann, äh, schmieden. Wir haben bestimmt nicht genug zum schmieden. Es lief der ganze, die ganze Zeit der Tag durch zum Kotzen. Äh, so. Ähm. Gucken wir erst mal. Was fehlt denn? Eisen. Es fehlt Eisen komplett. Okay. Dann können wir damit erst mal nichts ändern. Dann brauchen wir jetzt erst mal Eisen. Mann, ey. Was mach ich denn mit dem ganzen Zeug? Das größte. Ich muss jetzt mal. Okay. Ähm. Ne, Schneelinien, die, äh, die will ich ja eigentlich loswerden. Oh, warte. Ich hab doch noch da Sachen zum Verkaufen. Ich trottel. Ähm. Guck mal, Leder ist im Angebot. Komponente. Denen behalten wir noch. Oh, die ganzen Fische behalten wir auch noch. Schmuckstück. Skalpell. Zwei Lazzuli Armbänder. Zwei Ohrringe. Ähm. Ja, läuft. Aber das wiegt ja alles nichts. Die Fische sind schwer. Okay. Komm, wir machen jetzt mal gerade diese eine Quest, diese Kopfgeldjagdquest. Wir können auch mal zurückgehen. weil wir haben ja eigentlich, eigentlich haben wir ja, ähm, genug Geld und Zeit. Wir könnten auch mal die ganzen Minen nochmal abgrasen. Aber die haben ja auch genug Minen. Ja, machen wir jetzt mal die Quest hier. Ich sehe euch hier. Ich sehe euch hier, Trottel. Aha. Galazede. Grüßt euch, Kollegen. Äh, was ich hier tue, fragt ihr? Na, ich plündere Leichen. Oh, Hadalump mir. Schaut nicht so angelegt. Ich bin sicher, ihr habt mit so manchen eurer Opfer das gleiche gemacht. Oh, ja. Rekrutieren. Heuert eure Kollegen an. Was? Ich kann die alle rekrutieren? Graschaft Artis. Untersuchen. Ich kann die alle rekrutieren? Warte mal, ich muss das mal gerade. Ich muss das mal gerade, äh. Anders ist es nur sie. Wir gefährden zweifeln, dass sie der Aufgabe gewachsen ist. Aber das ist ein Rohling. Die brauchen wir einfach einfach gar nicht. Wir lassen die mal da. Wir nehmen die nicht mit. Ich dachte, die kommen jetzt alle mit. Das wär's ja gewesen, oder? Alle. Super Sache. Super Sache, Harry. Aber die soll ich ja nicht töten, oder? Doch, die soll ich töten. Okay, dann weg damit. Komm, hauen wir die weg. Ich will keinen Riesenhammer meiner Truppe haben. So eine Axt geht noch. Oder so ein Zweihänder, würde ich sagen. Jo, jetzt kommen wir hier zum allmählichen Überlasten. Ähm. Ne, die können hier bleiben. Okay, lassen wir nur ein Radier unten bei dem Bohr schützen. Wir haben genug Punkte. So, wer ist denn der erste? Der da und dann der da. Okay, alles klar. So, Robbe Robinson. Fangen wir direkt so an. Und weiter. So, jetzt, äh, Pansen. Danach ist der dran. Und dann der. Aber wir können hier quasi alle ausmerzen. So. Und tschüss. Haha. Genau so. Wunderschön. Okay, ähm. Rangöf. Ist mir egal, ob ich so richtig aussträngel. Das ist jetzt Rangöf. Der Rangöf. Okay, dann, äh, Scherge. Oder... Mh... Ich kann natürlich mit Kingstone... Ja, mit Kingstone machen wir das. Oh nein. Unser schlimmster Albtraum. Dann greifen wir jetzt mit Wolfmond an. Und zwar den da. Wir gehen jetzt voll rein. Ihr hättet nicht schießen sollen. Er ist sauer. Und er heißt Wolfmond. Und tschüss. Und tschüss. Ach, wunderschön. Da fehlt aber noch die Slow-Mo. Gar wenn die Sierungen... Das ging schnell, oder? So muss das sein. Da. Schlaghagel. Jetzt bin ich gespannt. Lächerlich. Lächerlich. Viel zu gut. Aber ich beschwere mich mal nicht. Oh nein. Das ist ja auch ein Bombardierer. Du blöder Sack. Schluck auf. So. Und tschüss. Und tschüss. Ja, die sahen schon sehr low aus. Ich glaube, wir waren jetzt so lange in Dingens, in Till drin. Das ist schon ziemlich krass. Ja, du brauchst noch eine bessere neue Waffe hier. Ah, wunderschön. Ja. Okay. Alles nehmen. Ihr habt seriöse Söldner freigestellt. Bonus. Halt eine Corona um 10% erhöht. So, entweder gehen wir jetzt mal hier erkunden. Komm, wir gehen dann hier erkunden. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo Eisen. Ich glaube, wir holen uns noch einen Packesel, oder? Noch einen Pony. Aber wir haben jetzt Asche. Wieviel sollten wir jetzt bezahlen? Fast 200. Krass. Aber ich glaube, jetzt sind wir erst mal bedient. Also, wenn wir... Es wäre cool, wenn man hier ein permanentes Einkommen haben könnte. Irgendwie ja so ein Geschäft kaufen, oder so. Ich weiß ja nicht. In den Bergen habe ich noch gar keine Miene gesehen. Ah, und wenn man vom Teufel spricht. Die große Grollgrotte. Machen wir, oder? Klingt vielversprechend. Oh, das klingt gut. So, erst mal... Oh, wir haben Level. Pansen, kritischer Treffer, auf jeden Fall. Und, äh... Achso! Oh, Pansen! Tiere können im Kampf kontrolliert werden. Das muss ich eigentlich mal machen. Bewirkt alle zwei Angriffe Verwundbarkeit. Bewirkt alle zwei Angriffe Verwundbarkeit. Der nächste erledigten Angriff wird das ein kritischer Treffer. Jedes Mal, wenn du ein Einheit mit einem kritischen Treffer erzielt, bewirkt sie Blutung. Also, entweder machen wir das. Oder wir machen kontrolliert Tiere. Ich glaube, dass wir wenigstens einen haben, der das kann. Also, du bist jetzt der Tierflüsterer. So, reparieren. So, achso! Unser Gelehrter. So, Rangöf. Ich weiß, wir haben diese Quest noch nicht gemacht, aber... So, Rangöf! Oh, ne, das ist Pansen. Rangöf, du bist jetzt hier, ne? Der Bücherflüsterer. Inaktive... Inaktiv. Missing Resources. Okay, und wie geht das jetzt? Das ist eine gute Frage. Inventar. Vielleicht... Damit? Nö, da ist gar nichts. Ach, keine Ahnung, der steht jetzt da dran. Setzt Antiquitäten aus Gräbern der Ahnen während der Rast zusammen. Ey, wir haben noch kein Grab der Ahnen gefunden. So, wir müssen mal leichter machen. Wir müssen jetzt leider den Fisch mal braten. Ja, warte, ich guck mal gerade hier. Können wir irgendwas... Nee, können wir nicht. So, das muss jetzt mal gemacht werden. Haben wir Kadaver? Nee. Wir sind fröhlich. Ziemlich fröhlich. Naja, egal. So, dann auf in die Höhle. Ich bin gespannt. Ihr müsst Blabla zahlen. Okay. Kein Problem. Auf in die Höhle. Warte. Speichern. Oh, okay, da haben wir doch ein neues Mitglied. Sprechen. Sagt, sagt niemand, dass ich hier bin. Bitte. Ich bitte euch, behaltet es für euch. Die Bürger von Brino, wo auch immer das sein mag, trachten mir nach dem Leben. Sie sagen, ich sei von der Pest befallen. Aber dem ist nicht so. Oh, meine Eltern waren bereits tot und es gab nichts mehr zu essen. Ich hatte keine Wahl. Erledigen. Tötet den jungen Kannibalen. Was ist Kannibale? Er hat seine Eltern gegessen? Ja. Ihr werdet nie wieder von mir hören. Ja, wir werden sehen. So, dann hacken wir erstmal. Oh, wir kriegen neue Äxte. Das wird so wunderbar. Neue Äxte sind so klasse. Nämlich, die sind einfach... Oh, ja. Zehn direkt. Ich habe zehn bestellt. Oh, jetzt können wir loslegen. Jetzt müssen wir wieder zurück zur Stadt eigentlich. Guck mal, wenn man alt drückt, sieht man irgendwas auf. Vielleicht hier ist nichts. Vielleicht hier drunter? Ne. Oh, ist ja nie. Okay. Jetzt haben wir Eisen. Jetzt können wir aber hier noch fertig erkunden. Warte, was ist denn hier los? Oh nein, das ist der Typ, der fliehen wollte. Ich bin nicht krank. Lass mich... Lass mich gehen. Hörtlich auf ihn. Er hat seine eigenen Eltern verspeist. Wenn wir ihn jetzt nicht töten, wird er noch jemanden verletzen. Ich habe niemanden umgebracht. Meine Eltern waren bereits verhungert. Mir wäre es auch so ergangen. Hätte ich nicht. Söldner, das Dorf bietet euch zehn Kronen. Zehn! Wenn ihr ihn abschlachtet. Ich bin kein Mörder. Söldner, ihr habt mir doch... Oder... Ihr glaubt mir doch, oder? Ihr habt doch schon einmal verschont. Kämpfen. Alter, soll ich echt die neun Zivilisten wieder mähen? Ich kann mich doch einfach da raushalten, oder? Ach, komm. Ich kann mich doch jetzt nicht mit dem ganzen Dorf anlegen. Also, jetzt bin ich echt überlegen. Dieser blöde Junge. Ja gut, er hat seine Kinder, seine Eltern lebendig gegessen. Ich meine... Kannibalismus ist schon echt übel. Er hält Geschäft des Sachs. Er hält Synchronen. Ach, komm. Der friert sowieso. Guck mal, der hat doch nichts zum Anziehen. Zehn Kronen. Ich meine, das sind zehn Kronen. Ja? Wo ist er denn überhaupt? Oh. Hallo, Junge. Alter, er greift einfach Rochus Krieg an. Ich fass es nicht. Du mieser kleine Kannibalen, Junge. So, egal. Thema erledigt. Zugang Goldzahn. Ich bin ja so erleichtert. Die Pestbefallenden soll man stets ausmerzen. Ihr habt etwas Kopfgeld in eurer Bewegung. Danke. Ja, ich meine, dann mag mich das Dorf auch jetzt wahrscheinlich, ne? Das ist schon wichtig. So etwas darf man nicht vergessen. Wir hätten jetzt passiert noch irgendwas. Oh nein, da sind Leads Männer. Da sind sie. Das ist der Geist von Narak. Tötet sie alle. Überzeugen? Versucht die Soldaten davon zu überzeugen, dass ihr noch am Leben seid. Er fordert 20. Belohnung Faltion. Entschuldigt das Missverständnis. Aber wir sind nervös. Wir suchen nach einem Gespenst. Aber bei diesem Steh kann man kaum etwas erkennen. First Leard hatte recht. So werden wir nie einen Geist töten. Wir machen lieber Kehrt. Okay. Oh, danke schön. So, jetzt gehen wir noch durch den Wald. Wir müssen erkunden. Es gibt ja auch Compendium. Das ist auch noch was. Boah, Alter, hier sieht man wirklich nichts. Oh nein, nicht, dass wir jetzt auf den Geist treffen. Oh, oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich wette, der kann die Beinlung war irgendwie bestimmt so super, die super Sidequest oder so. Aber der kommt dann irgendwann mal wieder und frisst irgendwie noch mehr Leute. Guck mal, hier geht es weiter. Guck mal, da ist irgendwas. Irgendwas mit einer Krone. Oh, oh. Der König. Oh, da sind noch mehr Geister. Was ist hier los? Okay, das ist krass. Leute, das machen wir nächste Folge, ja? Jetzt sind wir bei... Ach komm, das reicht. 26 Minuten. Dann bis zur nächsten Folge. Es wird spannend. Und bis dahin, wie immer, liebe Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020